So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video heute mit den drei kleinen Jungen. Links von mir Luca, rechts von mir Mario und hinter mir Sergio. Stellt euch mal kurz vor, ich gehe mal auf dem Bild. Ja, ich bin Luca, ich bin zwölf Jahre alt. Also ich bin Mario, bin zwölf Jahre alt und mein Hobby ist Fußball. Ich bin Sergio, ich bin elf Jahre und meine Hobbys sind Fußball. Zertür fängt an, let's go. Fünfmal jeder. Ohohohohohohohoh. Ah, da war nicht lang so. Leute, ihr müsst auch bedenken, der Ball ist relativ klapp. Und Zertür ist der einzige, der normale Schuhe hat. Einen hat er noch und dann gehe ich. Letzter Schuss und auch nicht drin. Jetzt bin ich Leute, auf geht's! Ich glaube, wie mein erster Beintreffer war. Oh, ich den ersten einfach treffe. Ja, vorne, das ist schon. Oh mein Gott. Letzter Schuss. Das wäre mies. Ja, okay. Oh. Oh. Nein. Oh. Oh. Der Balanze. Wie viel hat er noch eine? Gut, unsere Team bis jetzt für Mario das. Zweite Dinger macht er da auch noch mal so. Wenn einer trotzdem gewinnt, machen wir gleich ausstechen. Ein. Ein. Oh, ein. Jetzt hat er die Chance. Ich habe einen. Luca, was ist denn mit dir los? Ja, und sein letzter Beierstern. Grazie a la pari. Okay. Oh. Scheiße. So, wir beide sind schon mal raus. Nein. Nein. Oh. 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 Oder so. Oh. 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 Nein. Oh, das stimmt. Oh, das war knapp. Oh. Juqui. Ah, stopp. Bruh. Der geht nicht rein. Ich hab den drin gesehen. Ah, der war's weiter. Ohohoho. Nope. Junge, der geht 20 Meter übers Tor, digga. Nope. Woah. Wann er dritt? Nope. Oh mein Gott! Steven! Oh, dicker. Ohohoho. Alter, Mario, neuer Torwart. Ego. Ohohoho. Ohohoho. Schon gewonnen. Schon zu Ende. Ja. Wo standest du, Luca? Nein! Ohohohoho. Ohohohoho. Ah, schade. Ohohoho. Ohohohoho. Ohohohoho. Ohohohohoho. Der zählt für Steven. Ohohohohohohohoho. Oh nein, Alter. Oh mein Gott! Nein! Ich muss ihn machen! Ich muss ihn machen! Nein, ich hasse es! Genau! Eure Instagram-Kanäle... Sergio811-2006 Luca-1266